Oh, schönes Wetter. Ja, es ist endlich Sommer. Wollen wir Kaffee trinken? Ja, sehr gerne. Hallo, schön uns wieder zu sehen. Was macht ihr denn da? Hallo, wir wollen Kaffee trinken. Kommst du mit? Ja, gerne. Gute Idee. Na, komm, gehen wir. So, das war ein schöner Tag. Es war schon mit euch. Bis nächstes Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sag, tschüss.